Musik Entdecken Sie traumhaft exotische Orte und Landschaften auf einer Flusskreuzfahrt mit der Mekong Prestige 2. Genießen Sie im behaglichen Salon das luxuriöse Ambiente des modernen Flussschiffs. Freuen Sie sich nach erlebnisreichen Reisetagen auf das exquisite, regional inspirierte Abendessen. Hochinteressante Landausflüge bringen Ihnen den Zauber Südostasiens näher. Zu den Höhepunkten der Reise zählt die Tempelanlage Angkor Wat. Zurück an Bord wartet schon Ihre elegante und bequeme Kabine. Erleben auch Sie einen wunderbaren Urlaub auf der Mekong Prestige 2. Musik